21. Februar 2019 16.20 Uhr Johannes Klebo schnappte sich WM-Gold-Top-Favorit Johannes Hösflott. Klebo hat bei der nordischen Ski-WM in Seefeld-Gold im Freistilsprint der Langläufer gewonnen. 22. Der Olympiasieger aus Norwegen setzte sich im Finale vor, Titelverteidiger Federico Pellegrino aus Italien und dem Russen Gleb Retiwig durch. Die deutschen Starter Janoschbrugger und Sebastian Eisenlauer waren in der Qualifikation ausgeschieden. 22. Der Olympiasieger aus Norwegen setzte sich im Finale vor, Titelverteidiger Federico Pellegrino aus Italien und dem Russen Gleb Retiwig durch.